Hallo und Willkommen zu den ersten 30 Minuten von Lightyear Frontier. Dann wollen wir mal, also ja auf jeden Fall akzeptieren, sammeln von Nutzerdaten, nein, dann kriegt man keine Belohnung. Na gut, kurz in die Einstellungen schauen, das Spiel habe ich gerade erst runtergeladen, ich kenne nix, UI-Größe macht man direkt in Mitte, Anzeige passt, Audio wird auch passen, Spieluntertitel ein, ja, Einzelspieler, neue Spiel starten, Weltname, äh, du, weil du meine Welt bist, du, der das gerade zuschaut, bestätigen. So, oh, der hat im Schrittbereich so ein Traktorforderding, ja, sehr gut, die Erde bietet kein schönes Zuhause mehr. Manche, so wie du, haben sich daher auf den Weg zur Lightyear Frontier gemacht. Du willst ein Neuanfang, ein neues Zuhause? Hey, nicht so schnell mit dem Text, da musste ich mich beeilen. Das sieht schon cool aus, ist das mein neuer Planet? Ich nehm den. Ui, Vorsicht. Ich hoffe, ihr habt ein Airbags oder was Vergleichbares. Boah, nett hier. Wart ihr schon mal in Baden-Württemberg? Ja, ich dachte, ich wäre ein Mech. Noch nicht, okay. Maus-Sensitivität, äh, Maus-Sensitivität muss sie gerade erhöhen. Das kann ich an der Maus machen, ansonsten war das sehr langsam. Ich muss mein Mech finden, na gut. Das schafft man, da ist er ja. Ist aber eine richtig coole Welt, muss ich sagen. Oh, was leuchtet da so schön orange? Vielleicht mal eine Raumkapsel, die mitten hier runtergegangen ist. So, lasst uns mal das Gras ansehen. Das wird hier bald auch legalisiert. Ich mag die Welt, die ist so schön farbenfroh. So, da hinten ist auch nochmal Rauch, da ist Rauch. Wollen wir mal schnell zum Mech gehen? Ich fühle mich ohne den so unsicher. Wieso habe ich eine Funkstörung? Schlagen und greifen. Bin okay. Ja, da liegt ein Stück hier vorn. Okay, dann mal greifen. Und wo muss ich das dran dingeln? Im Schrittbereich? Boah. Noch was? Ah! Ein Arm. Ein armer Arm. So, aufstellen. Na, auf jeden Fall. Oh, ist das schön in der Mech zu sitzen. Ich glaube, das wird was anderes als Titanfall 2, aber wir schauen mal. Oh, Steuerung ist okay. Mein Werkzeug finden? Bestimmt bei diesen orangenen Sachen. Entschuldigung, mein Mannes. Ui. Ui. Angenehm, Piper. Das Blinken-Dark ist yours truly. Aber genug Introductions. Let's get you situated and make you at home. Was ist das? Wasser? Ne, ich meine das andere. Gummibiere. Unbekanntes Werkzeug erforderlich. Okay. Erntesauger. Aber her damit. Kann man bestimmt einsaugen, oder? Ja. Hier haben wir den Gummibärensamen. Busch. Verbesserung erforderlich. Eine Muschel. Nein. Ich saug dich doch an. Ah, das ist eine geile Welt und eine geile Steuerung, muss ich sagen. Hab das Spiel schon eine Weile auf dem Radar gehabt. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt bin ich komplett zufrieden damit. Ist halt in 30 Minuten immer schwer abzuschätzen. Ersteindruck ist super. Oh, ein... Oh, ich kann dich füttern. Ich hab kein einfaches Futter. Kann ich dich töten? Na, lieber erstmal nicht. Weiß nicht, wo ich mein Fleisch kühl halte. So, zu den anderen Teilen. Wir müssen einen Bewässerungsschlauch finden. Ein Samengewehr. Das hab ich doch in der Hose. Eine Stachelsäge und eine Sprösslingskanone. Das hab ich auch in der Hose. Ach, die Sachen sind im Deutschen aber schon schön benannt. So. Her damit. Und was ist das? Stachelsäge. Okay. Aber Bäume sollte ich mit einer Säge doch fällen können. Das wäre jetzt zumindest mein... Boah. So sägt man zwar nicht, aber ich nehm's trotzdem. Ja, wir können Lagerkisten machen. Und einen Briefkasten. Falls mir jemand schreiben möchte. So, das ist schön. Na, das da hinten hätten wir wohl als erstes abgrasen müssen. Ui. Was seid ihr nochmal, Gummibären? Na, komm. Ui, sauge ich doch gleich mal ein. Stachelsäge für Büsche erforderlich. Das macht soweit Sinn. Und da oben ist irgendwas von dem... Von den drei fehlenden Dingern. Nein, hier ist ne Verbesserung erforderlich. Wie komm ich denn hier gescheit durch? Großer Busch. Jetzt ist ein, äh... Nicht mehr so großer Busch. Wird aber generell nicht empfehlen, den Busch mit einer Stachelsäge zu trimmen, sondern eher mit einem handelsüblichen Rasierer. Das ist generell schon da für alle umliegende... Umliegende Organe und... Ihr wisst schon. So. Kommt mich da jetzt ganz schnell raufgeflogen. Ja, zumindest... Was? Nein. Was ist los mit meinem Mich? Hat kurz das Bewusstsein verloren. Okay. Komm schon, ich muss doch nur da rauf. Hui. Ah, hätte ich gar nicht gemusst, glaube ich. Ist egal. Wir haben es geschafft und ich bin stolz auf uns. So. Wie komm ich wieder in die First Person? Mit V. Wir probieren es gleich. Was bist du? Sprösslingskanone. Äh, ich würd gern... Nein. Wie komm ich wieder in die andere Ansicht? Ich drück alle Tasten. F1, F2, F3. Nö. V. Nicht, dass ich meine Aufnahme aus Versehen beende. Einstellungen brauche ich nicht. Herstellungen. Konstruktion. Die Hüfte. Lagerzäune. Na gut, First Person auch nicht schlecht. Ich würd's gern wissen. Was machte die First Person? Wir sind auf der Wiesn. Ist doch noch gar nicht Oktoberfestzeit. Uh, hier liegt irgendwas... ...irgendwas Mineralförmiges. Wie? Dreh dich um. Was ist denn das? Stachelsäge habe ich. Ja, da mit Aluminiumstange. Ich will aber nicht das Werkzeug wechseln. Ich will tatsächlich... Schauen wir mal. Uh, wir haben Fotomodus. Auch sehr schön. Und Schnapper. Ach. Wie drücke ich denn ab? Ist egal. Äh, Höhe, Höhe. Hä? Ist egal. So, Einstellungen. Nee, ich stecke mich fest. Steuerung. Eingabebelegung. Seitwärts nach links. Kamera. Bitte Kamera. Mech-Modus. Left Control. Aha. Werkzeuge. Baumodus. Benutzeroberfläche. Ich hätt gern Kamerafotomodus. Sehr gut. Das ist nicht hilfreich. Vielleicht hier nach rechts. Springen. Interagieren. Interagieren. Taschenlampe. Perso... Mittlerer Maus? Äh. Das Spiel hatte recht. Na gut. War doch hilfreich. Frag mich, was da oben ist. Und vor allem davor. Was passiert da? Soll das so? Ich glaub, soll das. Ich glaub, das soll so. So. Dann mal weiter mit uns. Hey, was ist mit dir, du kleines Flattervieh? Was bist denn du? So. Da ist ein Busch. Können wir den auch abernten? Ne. Da sind keine Bären dran. Der blüht nur schön. So. Zwei Sachen sind voraus. Die können wir noch schön einsammeln. Das ist der grüne Komet da, der auf uns zurast. Macht mir noch keine gute Laune. Oh, guck mal. Da oben. Da haben wir irgendwie so ein lila Mineral. Da ist wieder Aluminium. Äh. Erstmal nicht ablenken lassen. Außer von den Gummibären. Her damit. Sehr schön. Gummibären. Die hüpfen hier und dort. Und überall. Mehr darf ich nicht singen, sonst kommen die mit Copyright um die Ecke. Als Kind habe ich diese Serie geliebt. Trinkt immer euren Gummibärensaft. So. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich bin schon so alt. Auch nicht so alt. Da ist ja noch ein Rauchmonster. Und hier ist eine Pflanze. Äh. Kiefernhöhen wieder her. Okay. Rote Fahrblume. Wie. Nein. Haben wir die kaputt gemacht. Was bist du? Giftiger Schleim. Nee. Danke. Ich bin verschleimt genug im Winter. Wascherkanone. Waschermarsch. Hui. Muss ich hier auch. Ich kann nicht ins Wasser. Okay. Haben wir das auch rausgefunden. Vielleicht noch nicht. Generell nicht fände ich ein bisschen doof. Nein. Nee gut. So. Dann probieren wir das jetzt auf die nubige Art. Wir nehmen die Treppe. So. Du bist ein Fels. Felsen haben wir noch nicht zerstört. So. Her mit deinen wertvollen Steinressourcen. Just think about the thousands of people who initially came to the frontier. Taking a chance on this one-way trip. Only to get abandoned. But for generations they've managed to thrive here. Your neighbors are quite tenacious. Huh? Nein. Nicht ins Wasser. Das vertrage ich nicht. Oh. Ein Glück. Daneben gelandet. So. Anscheinend wird's auch richtig schön dunkel. Da sind ein paar Polarlichter oder Giftgase in der Atmosphäre. Wer weiß das schon. Bin erst seit kurzem auf dem Planeten. So. Das nehmen wir aber auf jeden Fall mal mit. Aufheben. Sehr gut. Alle eingesammelt. Feuer. Ach. Ich hab ja nicht unbegrenzt Munition. Ich verschieß Gummibären. Interessant. Ich weiß nicht, dass du hier nicht für eine Mission verabschiedet wurde, die seit ungefähr zwei Jahren verabschiedet wurde. Du hast wahrscheinlich das Schiff in einem Schrappheap irgendwo gesehen und hast du die grüne Passen, oder? Wer schläft hier? Es geht nicht um zu sagen. Ein Krabbing. Ich bin nur froh, dass du endlich etwas Verabschied haben hast. Schön für dich. So, dann haben wir ein paar Aufgaben. Ich glaube, hier wäre auch ein schöner Platz. Mensch, sind das schöne Himmelsobjekte da. Der Rauch löst sich auf. Oh, das sieht aber gefährlich aus, wie der Mond da zerbricht. Ich würde sagen, wir schlagen hier mal ein bisschen Lager auf. Stelle die Kiefernhöhen wieder her. Das kann ich glaube noch nicht. Baue Werkstattschuppen. Das kriege ich noch hin. Kleines Zelt. Nein. Pflanzenkisse. Verbesserungsdepot. Nein. Werkstattschuppen. Äh, rotieren. Na, wie am besten rum. So, das ist schön, die Sicht aufs Wasser blockiert. Nee, ist eigentlich dämlich. Aber, ich bin ein bisschen dämlich. So. Ich finde, der steht da gut. So, und nun. Äh, hinzufügen. Maximum hinzufügen. Holz. Habe ich kein Holz mehr? Wir müssen Holz machen. Zum Glück wissen wir, wie das geht. Ja, damit. Ich hoffe, das geht irgendwann noch deutlich schneller. Ah, das würde ich einfach mal schätzen. So. Hier mit dem ganzen Kram. Ein gelber Baum. Was kannst du, außer dass du gelb bist? Gelbe Samen fallen lassen. Na gut. Darauf hätte man kommen können. So. Wie viel Holz habe ich denn? 20 Stück. Bin mir nicht sicher, ob das schon reicht. Oh, ich mag es aber, dass die Tiere schlafen. Mehr oder weniger. In einer Position. Ich drehe und wende mich auch manchmal beim Schlafen. So. So, das soll ich jetzt aber reichen. Ne, vielleicht auch nicht. 37 Holz. Äh, und wir brauchen noch 13, wenn ich das richtig sehe. Sehr schön. Baue eine Ölmühle. Oh, wir sind von den USA. Wir kolonialisieren den Planeten jetzt aber mal richtig. Äh, einen Schlafplatz. Wo finde ich denn das bestimmt kleines Zelt? Da komme ich aber nicht rein, oder? Schön am Strand, würde ich sagen. Oder vielleicht doch hier bei den Krabben. Vielleicht kann ich ja meinen Mech verlassen und dann hier unter den Bäumen. Das ist doch wunderbar. Die lassen wir auch stehen. Die sind für die Deko da. Äh, das würde ich dann gerne bauen. Was brauchst du? Okay. Kann man machen. So, kann man schlafen. Geh schlafen. Vielleicht legt es auch mein Spawnpunkt fest. Äh, scharfes Auge. Du hast die Chance, zusätzliche Rohstoffe in der Wildnis zu finden. Okay. Ja, das war noch gesperrt. Tag 2. Ne, gut. Tag 1 haben wir euch den Todes gelassen. So. Mit ordentlich was in der Mech-Hose. So. Na, ein bisschen wiesig ist es noch. Na, damit kann man klar. Eine Ölmühle. Gehen wir erstmal wieder rein. So. Ne, das war es nicht. Aber das ist auch ganz praktisch. Oh, was ist Baumenü mit B? Das macht Sinn. Äh, Montagegerät, Futterofen, Ölmühle. Braucht Steine. Ich würde sagen, die kommt mal da hin. Äh, ja. Ja, mit euch Stein. Und die passenden Werkzeuge natürlich. Ach, ist das schön, Sachen mit einem Mech abzubauen. Eher mit dem ganzen Zeug. So, ich glaube, wir haben aber gleich genug, um das zu bauen. Na, ich denke, 14 Steine brauchen. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht gemerkt. So, was um den Dreh rum. Arg viel waren es nicht. Aber wir müssen ja noch mehr bauen, das schadet es nicht. Wenn wir eh dabei sind. Können wir ja noch hier die paar in einen kleinen Kreis laufen. Und die, äh, paar Felsen zerbrückeln lassen. Äh, nö. Ich komme klar. So, dann bauen wir die nochmal. Ölmühle. Pflanzenöl. Muss ich meinen Mech einölen? Herstellungszeit. Sind das Sekunden? Ich hoffe. Nicht, dass es 30 Minuten sind. So, baue ich eine kleine Pflanzenkiste. Das kriege ich auch noch hin. Die hat man nicht unter Kisten. Holzwegweiser. Nee, danke. Holzzaun. Oh, Steinzaun haben wir auch. Ein Lagerfeuer. Das muss man natürlich erstmal platzieren hier. Neben unserem schönen Ding. So, dass kein Baum abfackelt. Na. Er wird abfackeln, aber das passt schon. So, Maximum hinzufügen. Ja, wunderbar. So, kleine Pflanzenkiste war's. Baumenü. Ja. Nee. Quadratisch blaues Blumenbeet. Ich wollte auch kein Blumenbeet. Ich wollte eine Pflanzenkiste. Oder bist du dasselbe? Nö. Pflanzenkiste. Hier. Äh. Habe ich ein globales Grid? Ich glaube nicht. Dann kommt die erste Mal hier hin. So. Uh. Achievement. Sieht man gar nicht. Aber Xbox hat was aufploppen lassen. Acht Holz braucht es. Mensch, diese Knozer. So. Ein Glück gibt's hier genügend Bäume. Das waren vier. Das sollten jetzt acht sein. Sind aber nur sieben. Okay. Vielleicht gibt er so drei bis vier. Oder fünf. Kann ja alles sein. Ich bin hier noch kein Experte. So. Die Steine nehmen wir auch weg. Die liegen uns wenn dann nur im Weg. Sehr schön. Ja. Mit dem ganzen Zeug. So. Dann können wir das tatsächlich jetzt schon bauen. Wunderbar. Sammelholz. Pflanze ein Samen im Erdhügel. Wo ist denn Sprösslingkanone? Samengewehr. Äh. Äh. Gut mach ich das. Muss ich das jetzt auch noch mit Wasser vollspritzen? Ja. Hätte ich mal gesagt. Sehr gut. Sehr gut. Das wird es überwinden. Und bis morgen. Sehr gut. Und das ist ein S wie Superman geworden. Hey. Weg mit dir. Kann man bestimmt auch gut Demonstranten vertreiben mit dem Ding. Kann ich das einfach im Wasser aufladen? Erntesauger für Wasser. Na das macht Spaß. Aber nicht alles aufsaugen. Da liegen Stücke. Na gut. Hier lassen wir die Landschaft ein bisschen unberührt. Kann ich die Container entfernen? Ich finde die nämlich jetzt nicht mehr so sinnvoll und etwas hässlich. Ich wüsste nicht wie im Moment. Na gut. Ein Problem nach dem anderen. Ach hier liegt noch Holz. Das erklärt vielleicht warum das vorhin so ungerade Zahlen waren. Bei manchen Bäumen. So. Wir brauchen noch einen Futterofen. Ein Verbesserungsdepot. Wir müssen die Ölmühle im Schuppen bauen. Oh. Das habe ich jetzt versaut. Können wir vielleicht dann rausfinden wie man was abreißt. Oh ne. Ich bin überladen. Ha. Ja das passiert mir öfter. So. Vor allem nach dem Essen. Lagerkiste. Macht Sinn die da rein zu tun? Ist blockiert? Ne passt. Öffnen. Dann tun wir mal den Stein rein. Alles was hier keine Miete zahlt. Passt. So. Wie reiße ich dich ab? Abreißen. Will was abreißen. Missionen erstellen. Recycling Modus mit H. Recyceln. Ja damit. So den. Die Ölmühle muss man da drin platzieren. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja. Ja sieht richtig aus. Gut. Bauen. Sehr gut. Stelle ein beliebiges Öl her. Pflanzenöl. Und was braucht es? 28 Sekunden. Ist schon mal schön. Was für Ressourcen hast du? Du schaffst es. Oh. Ist ja eine coole Animation. Ich weiß nur nicht was ich dir jetzt reingegeben habe. Ein Verbesserungsdepot kommt sofort. Montagegerät. Öhm. Verbesserungsdepot. Wo stehe ich mal denn das hin? Wieso ist das hier blockiert? Ich weiß nicht wie rum das kommt. Bestimmt so. Mit bester Sicht. Mit bester Sicht. Machen wir das systematisch oder freischnauze? Ja der Stein stört wahrscheinlich da. Entschuldigung. Ich drücke echt oft Escape. Um auf eine. Kann nicht mehr reden. Um aus einem Menü rauszukommen. Deswegen sieht man ab und zu das Hauptmenü. Das ist nicht Teil des Spiels. Das ist einfach mein dämliches Verklicken. So. Ich würde sagen. Das passt. Und zu was bist du verbunden? Keine Ahnung. Ja das denke ich auch. So. Maximum hinzufügen. Aluminiumrahmen brauchen wir. Stange habe ich ja. Aber wo kriege ich den Rahmen her? Muss ich bestimmt craften. So. Ich hoffe ich habe Öl hergestellt. Pflanzenöl. Ich weiß gar nicht. Ah. Pflanzenfaser. Okay. Jetzt stelle Kiefernhöhen wieder her. Ja das können wir noch nicht. Wie mache ich denn irgendwas verwendet in. Okay. Wir machen mal noch den Futterofen. Ofen. 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 Futterofen. Wo muss ich den denn hinsetzen? Auch hier. Machen wir einfach mal. Irgendwie so ganz. Ganz gechillt da hin. So. Ah. Wir haben einen Rastmodus. Der wäre praktisch gewesen. Das ist jetzt Pech, dass ich den nicht verwendet habe. Aber ich sehe ihn jetzt. Na gut. Dann. Konstruktion. Escape verlassen. So. Wunderbar. Was fehlt hier denn? Pflanzenöl fehlt hier eins. Gut. Dann machen wir mal fünf Stück. Das geht auch. Und Steine müssen wir wieder kaputt machen. So. Bist du die Stichsäge? Ja. Oder die stichelnde Säge. Ja. Mit den Felsen. Papa braucht neue Felsbrocken. Kann man auch das ganze Ding da abbauen. Fände ich cool. Wahrscheinlich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles in diesem. Oh. Wie heißt denn der Stil? Voxel Stil ist. Dass man es wirklich abbauen kann. Aber vielleicht irre ich mich. Hab mich nicht geirrt. Zumindest noch geht das nicht. So. Da hinten haben wir wieder Farbfragmente. Und hier haben wir wunderschöne Felsen. Wusstet ihr, dass Pioniere auf denen für Meilen geritten sind? Zumindest wenn man Spongebob vertrauen kann. Spongebob kennt ihr hoffentlich noch. So. Boah. Wenn wir mal schon dabei sind, nehmen wir den noch gern mit. Macht die Landschaft auch schöner. Briecht man sich nicht aus Versehen Fuß. Und dann geht's weiter zum Bauen. Na. Den einen Stein nehmen wir hier aber auch noch weg. So. Einmal saugen. Saugen. Sauger auf der 2. Sehr gut. Her mit meinen Samen. Was liegt denn da? Noch ein bisschen Baum. Noch ein bisschen Pflanzenfaser. So. Hier liegt ja alles voller Pflanzenfaser. So. Rein da. Einfaches Futter. Damit kann man Tiere ziehen. Bestätigen. Okay. Du nimmst jetzt das Öl davon. Ich muss Tiere füttern. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Mal die Steine hier ablegen. Ich glaube, die sind richtig fies zu tragen. So. Dann würde ich aber sagen, ist schon wieder Schlafengehenszeit. So. Raus aus dem Nichts. Wie mache ich das nochmal? E gedrückt halten. Man hätt's wissen können. So. Ja. Lärven. Zeit für den nächsten wunderschönen Tag. So. Morgen. Ich hoffe, du hattest eine gute Nacht zu schlafen. Ich kann nicht stoppen, die schönen Dekorations, die du gestern hast. Du hast wirklich ein Blick auf das Kind. Ja. Oh. Das sieht ja schon gut aus. Seid ihr komplett gewachsen. Und heute Morgen ist es gar nicht diesig. Das ist einfach ein wunder guter Tag. Wunderschöner Tag. Ah. Herrlich. Kann ich euch ernten? Ja, also. Wenn niemand was andere sagt. Okay. Sieht noch nicht gut aus. Ich hab... Achso. Wascher. Wascher Marsch. Ja. Alles gegossen. Wunderbar. Wie mache ich Aluminiumrahmen? Gehen wir mal auf die Suche nach Aluminium. Habe ich eigentlich Dinge dabei? Ja. Wir können Tiere füttern. Wenn wir denn welche sehen. Ja. Die krabben vielleicht nicht. Vielleicht finden wir coolere Tiere. So was wie eine Ilienkuh. Die Vögel. Haben wir ja schon gesehen. Können wir ja auch eins füttern. Gibst du Fleisch? Hi. Oh du bist satt. Hast du was fallen lassen? Nö. Okay. Weiß jetzt nicht was Tiere füttern bringt. Aber wir werden sie. Vielleicht werden sie mit der Zeit zahm. So. Du kriegst auch eins. Und du kriegst auch eins. Uh. Einfach Stein fallen lassen. So. Her mit dem Aluminium. Und den ganzen Bieren. Oh. Das ist ein großer Baum. Große Bäume können wir glaube ich noch nicht. Ne. Verbesserung erforderlich. Aber dafür brauche ich ein Verbesserungsdepot. Und dafür brauche ich Aluminiumrahmen. Was haben wir denn hier? Ist das schon wieder so ein Geheimnis? Das sieht nicht so aus als ob mein Mächt da reinkommt. Okay. Hier. Pilz. So. Die 30 Minuten Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Also bis jetzt finde ich das Spiel schon ziemlich gut. Der Artstyle und die Grafik sind hervorragend. Die Steuerung und die Art des Gameplays sind auch klasse. Ich bin mir nur noch nicht sicher wie es sich mit dem Craften und dem generellen Content verhält. Also für die Aluminiumrahmen zum Beispiel hätte ich mir zumindest etwas an Produktionskette gewünscht. Und der Verbesserungsbaum von mich hat jetzt noch nicht so gigantisch gewirkt. Allerdings ist es ja auch noch im relativ frühen Early-Exit-Stadium. Und ich bin einfach gespannt wie die Entwicklung vom Spiel denn weitergeht. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.